Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es nochmal ein Update zur Tourkartensituation, weil über die WM ist ja nochmal einiges passiert. Es war ja nicht sicher, wie weit jeder kommt bei der WM. Das heißt, manche hätten sich ihre Tourkarte noch sichern können und auch auf andere hoffen müssen und so weiter und so fort. Also es ist einiges passiert da in der Weltrangliste noch. Und wir gucken jetzt aber speziell darauf, eben auf diesen Rand der Top 64. Für die Leute, die es nicht wissen, ich erkläre es nochmal kurz. Man muss am Ende des Jahres, also jetzt nach der WM, in den Top 64 der Welt stehen, um eine Tourkarte zu bekommen. Und dann hat man die für ein Jahr, beziehungsweise wenn man sich die bei der Q-School Anfang Januar holt, beziehungsweise Mitte Januar, dann bekommt man die für zwei Jahre und hat dann eben zwei Jahre Zeit, sich in die Top 64 zu spielen. Danach, ja, wie bei allen anderen auch. Und wir haben jetzt eben hier die Webseite dartsrankings.com und die ist sehr hilfreich, um sich das Ganze einmal anzugucken. Also das ist eine Webseite, die ich tatsächlich täglich eigentlich verwende, um die ganzen Statistiken, beziehungsweise die ganzen Preisgelder und alles in den verschiedenen Ranglisten. Es gibt ja verschiedene Ranglisten und da gucke ich mir eben an, auf, ja, wie gesagt, täglicher Basis, wie das alles aussieht. Und dafür ist die Seite eben perfekt. Es ist jetzt eigentlich gar keine Werbung, einfach nur Shoutout an die Seite. Kann ich euch nur empfehlen, packe ich euch auch einen Link in die Beschreibung, also schaut da gerne vorbei. Und was ist überhaupt der Vorteil von dieser Seite? Man hat den Vorteil, dass man während des Events immer gucken kann, deswegen heißt es auch hier oben Live Order of Merit. Da kann man nämlich während des Events zu jedem Spiel gucken, wie sich die Weltrangliste verändert, wenn jemand rausfliegt oder rausgeflogen ist oder wie weit er kommt. Und jetzt seht ihr nämlich zum Beispiel hier die ganzen Zahlen hier und die Nummern hier oben und Buchstaben bedeuten einfach nur Finale oder Final, Win, Semi-Final, Quarter-Final und so weiter. Also da kann man gucken, wie weit würde jemand in der Weltrangliste springen, wenn er eben zum Beispiel Luke Humphries jetzt, wenn er den Sieg holen würde, dann wäre er ja wahrscheinlich auf Platz 1 oder wäre sicher auf Platz 1. Das heißt, das könnte man hier schon ablesen, wenn Gervin Price den Sieg holen würde, würde er aber wahrscheinlich eher nur in die Richtung Top 3 springen und nicht auf Platz 1, kommt natürlich auf die anderen an, aber das kann man sich dann alles ausrechnen und so. Also da bekommt man eine Übersicht und der Vorteil gegenüber zu der offiziellen, sag ich mal, von der PDC auf der Webseite, die aktualisiert sich nicht live, sondern immer nur, wenn ein Event abgeschlossen ist. Das ist also eben der große Vorteil, wenn ihr nicht warten wollt, bis ein, zwei Tage nach dem Event bei der PDC, die abgedatet wird, dann könnt ihr einfach hier schauen, hier seht ihr alles, ihr habt hier also wirklich komplett jeden einzelnen Spieler, der Preisgeld bei der PDC gewonnen hat, habt ihr hier aufgelistet und eben auch die verschiedenen Ranglisten. Genau, jetzt will ich aber einmal aufs Tourcard-Race zu sprechen kommen. Das ist also, ihr müsst hier oben auch in der Leiste, ihr seht es hier, hier kann man auch gucken, wer es für das World Matchplay qualifiziert, auch eine gute Sache, weil viele fragen mich, wer es für das qualifiziert, wer es für das qualifiziert, dann könnt ihr einfach hier zum Beispiel World Matchplay-Race reingucken und dann seht ihr, die in grün sind sicher mit dabei, beziehungsweise, das dauert ja noch, hier steht auch immer, bis wann die Rangliste gilt und wann ist der Cut-Off, das ist zum Beispiel am 7. Juli 2024 für das World Matchplay, also wirklich, die Seite ist Gold wert für jeden, der ein bisschen mehr in die Tiefe gehen will und wir gehen jetzt mal aufs Tourcard-Race. Das ist nämlich das, worüber ich heute reden will. Es geht nämlich darum, wer verliert seine Tourcard, wer hat seine Tourcard verloren und kurze Erklärung nochmal hier zur Rangliste, die Dunkelblauen haben die Tourkarte für nächstes Jahr sicher und dann gibt es noch die, äh, die, habe ich Dunkelblauen gesagt? Die Dunkelgrünen meine ich, die Dunkelgrünen meine ich natürlich, die haben ihre Tourcard sicher. Die Hellgrünen hingegen sind noch nicht sicher durch die WM jetzt, weil da noch einiges passieren kann und also die sind auch, ja, kann man argumentieren, dass die auch relativ sicher sind, weil man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass zum Beispiel den Richard Wenstrah müsste ins Viertelfinale kommen, kann man hier auch wieder super ablesen, dann hätte er 92.000 Pfund und würde an den allen hier vorbeiziehen, das heißt, Klärmarker würde hier aus der Liste rausfallen. So, jetzt gehen wir erstmal hier durch, das sind die Hellgrünen, dann was sind die Hellorangen? Das sind die Leute, die keine Tourcard haben und aber trotzdem Preisgeld eingespielt haben, zum Beispiel Barry Van Per hier, hat jetzt im Jahr schon stolze 45.000 Pfund eingespielt, die leider fürs nächste Jahr nicht zählen, weil er keine Tourcard hat, das heißt, hier wird einmal rausgenommen, aber das ist das Bittere, er hat sich nämlich die Tourcard über die Challenge Tour geholt und deswegen wird das rausfallen und das wäre eigentlich schon ein dicker Schritt in Richtung Tourcard für die zwei Jahre, für die zwei folgenden Jahre dann, aber sehr schade für ihn, finde ich übrigens eine blöde Regelung, dass man, wenn man nicht Tourcardholder ist, dass das Preisgeld dann nicht über die zwei Jahre in der Rangliste bleibt, sondern dass es rausgecuttet wird, verstehe ich nicht ganz, weil man hat sich das Preisgeld ja verdient gewonnen, also verstehe ich nicht, warum das da gecuttet wird, sehr schade für Van Per zum Beispiel, auch hier einen Christian Kist, der ist auch kein Tourcardholder und wird deswegen, ja, hier so markiert, auch ein Storbrunz und so weiter. Der Rest sind alles Tourcardholder, die jedoch fürs nächste Jahr keine Tourcard haben. Wir können mal hier ganz unten irgendwie anfangen, jetzt bei einem Wladimir Andersen oder Nick Fulwell, über die habe ich schon mal gesprochen in einem anderen Video, Jamie Clark, Kevin Bruness, Luke Petersch, Damian Mohl, Devin Peterson, Sean Wilkinson, Darren Webster, Tony Martinez, Ross Montgomery, James Wilson, Joe Mernon, Jose Justizia, Bradley Brooks, Jimi Hendrix, Brian Rahman, George Keddingen und so weiter und so fort hier, Getschuk, Williams, Rodriguez, Rossi Jake, Jeff Smith, Ted Evitz werden die alle verlieren, so auch Jules Van Dong, John O'Shea, Richie Burnett, Scott Waits, Daris, aber Nauskas, Danny Jansen, Nathan Rafferty, Connor Scott, Radek Stadaganski, Mario Van der Vogade und Steve Lennon. Wobei ist bei denen hier, sag ich mal, bis zur 69, sag ich mal, ist es noch nicht sicher, weil wir haben ja gehört, dass eventuell ein Klärmarker seine Tourkarte abgibt, was allerdings nicht sicher ist und das heißt, wenn Klärmarker seine abgibt, rutscht er einfach aus der Wertung raus und alle rutschen einen Platz auf, das heißt, Steve Lennon wäre auf der 64 und hätte seine Tourkarte damit wieder sicher für das nächste Jahr. Ich habe schon verschiedene Sachen gelesen, so Klärmarker, dass es ja eigentlich Stand war, dass er sie abgibt, aber es ist noch nichts Offizielles eigentlich. Er hat es gesagt, aber vielleicht hat er sich ja doch noch umentschieden und vielleicht nehmen wir sie doch. Und das ist eben das Thema jetzt für diese Rangliste. Ich will jetzt nochmal gucken, wer hat jetzt von den, vor allem von den vier Spielern jetzt noch Angst, sag ich mal, rauszufallen, für mich eigentlich niemand, die sollten eigentlich alle sicher sein, weil Richard Weenstra mit einem Viertelfinale, ich glaube, da müsste er schon an Michael van Gerwen vorbei, das ist also, ja, nicht so ganz realistisch. Und wenn wir jetzt auf Barry van Peer gucken hier in der Rangliste, der hat 45.000 Pfund und wir gucken, die Grenze ist bei 80.000 Pfund. Das heißt, er müsste ins Halbfinale kommen, ein Barry van Peer müsste ins Halbfinale kommen, um noch einen hier rauszukicken. Und ja, das wäre schon ein Worst Case für die Spieler hier. Das heißt, den Kevin Dürth, den Mervyn King, den Ian White und den Klärmarker theoretisch hätten ihre Tourkarte für das nächste Jahr eigentlich auch sicher. Wir sehen uns auch schon einen Punkt, der für viele deutsche Fans sehr wichtig war, Florian Hempel. Der hat nämlich seine Tourkarte für das nächste Jahr jetzt schon hundertprozentig sicher durch den Sieg über Vandenberg. Wir können hier auch nochmal angucken. Hätte er dieses Spiel nicht gewonnen gegen Vandenberg, hätte er seine 76.000 Pfund gehabt und wäre damit nur auf Platz 66, wäre hier hinter Steve Lennon gelandet und hätte damit seine Tourkarte wahrscheinlich verloren. Das war also ein richtig dicker Sieg. Wie gesagt, auch hier wäre es wieder anders gewesen, wenn Klärmarker seine Tourkarte abgegeben hätte. Aber auch dann hätte er sie, glaube ich, nicht bekommen. Also es wäre wahrscheinlich sein Aus gewesen mit der Tourkarte. Wir gehen jetzt nochmal das Thema durch, wer vielleicht seine Tourkarte abgibt, weil wer es auch da vielleicht nicht mitbekommen hat, die Players Championship Turniere werden unter die Woche verlegt. Also es gibt 30 Players Championship Turniere im Jahr und die waren sonst eigentlich größtenteils am Wochenende. Und da viele Spieler auch neben dem Darts noch arbeiten, unter der Woche ganz normal, und nicht alle Vollzeit-Darts-Profi sind, wurde spekuliert, dass einige Spieler ihre Tourkarte abgeben. Vielleicht. Aber ich gehe jetzt mal die Liste hier durch und gucke, bei wem ich es mir vorstellen könnte, dass er seine Tourkarte abgibt. Also ab hier bei Mike Decker fangen wir mal an. Der wird auf jeden Fall seine Tourkarte nicht abgeben. Jim Williams glaube ich auch nicht. Obwohl der neben dem Darts noch eigentlich Vollzeit, nicht Vollzeit, aber der arbeitet auf jeden Fall, hat irgendwie eine eigene Firma. Scott Williams wäre ein weiterer Kandidat, aber der ist auch Vollzeit-Darts-Profi. Barry ist Vollzeit-Darts-Profi. O'Connor ist Darts-Profi. Van Ween hat seinen Job erst aufgegeben, um Profi zu werden. Das heißt, der wird es auch nicht abgeben. Whitlock, muss ich nicht drüber reden, seit etlichen Jahren Darts-Profi. Bei Suta ist es eine Sache. Bei Alan Suta, der ja eigentlich auch neben dem Darts noch viele andere Standbeine hat, bei der Feuerwehr. Dann ist er Hundeausbilder, ich weiß nicht, Blindenhunde irgendwie. Oder war das so? Ich glaube, irgendwie sowas. Also der hat auch eine eigene Darts-Akademie und so. Der hat genug zu tun eigentlich. Das heißt, eventuell bei Alan Suta könnte ich es mir vorstellen. Ich glaube, das ist definitiv möglich. Vatimena ist Vollzeit-Darts-Profi. Evans ist Vollzeit-Darts-Profi. Campbell kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Roby, John Rodriguez auch nicht. Steve Beaton ist ein Thema, der spielt jetzt sein letztes Jahr. Also für nächstes Jahr hat er die Tourkarte auch noch sicher. Der wird jetzt auch nicht abgeben. Kritschma habe ich auch nicht gehört, dass er die abgeben würde. Und ist, glaube ich, auch Vollzeit-Profi. Adrian Loos ist natürlich auch wieder so ein Thema. Wird er seine Tourkarte abgeben oder nicht? Die große Frage. Er hat sich dazu, glaube ich, noch gar nicht geäußert. Also er hat jetzt erstmal nur gesagt, er macht eine Pause. Was ja eigentlich heißt, dass er wieder zurückkommt. Aber vielleicht gefällt ihm die Pause ja so gut, dass er auch nicht wieder zurückkommt. Das heißt, das ist ein dickes Fragezeichen. Ist für mich 50-50. Die Van der Voigt wird, glaube ich, so lange spielen, bis er seine Tourkarte verliert. Aber ja, da ist jetzt eigentlich nicht der ausschlaggebende Faktor, dass die Turniere unter die Woche verlegt wurden. Weil ja, auch so würde er mitspielen. Und der hat einfach generell, glaube ich, nicht mehr so die Motivation zu spielen. Und wenn er die Tourkarte verliert dann und spielerisch einfach aus den Top 64 fällt, dann gibt er sie auch ab, gerne. Aber so nicht. Manzius hat ja extra noch im Interview nach seinem Sieg gesagt bei der WM, ja, damit habe ich meine Tourkarte gefestigt. Und das hätte er ja nicht so freudig gesagt, wenn er sie abgeben würde. Das heißt, das wäre ihm ja egal gewesen. Zuljowicz würde er auch nicht abgeben. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Mickey Mansell auch nicht. Jamie Hughes ist Vollzeit-Profi. Richie Eddhaus ist Vollzeit-Profi. Ryan Beagle. Ja, nee. Das ist auch ein Fragezeichen so. Glaube ich aber nicht. Der hat auch, müsste mittlerweile auch Vollzeit-Profi sein. Ich weiß nicht, ob er noch als Friseur arbeitet. Hempel ist Vollzeit-Profi. Gava ist das Vollzeit-Profi. Kevin Dütz weiß ich nicht genau. Aber auch ein Fragezeichen für mich. Wohnt ja auch in Schweden und so. Hat eine relativ lange Anreise immer. Also, aber glaube ich auch nicht. Mervyn King auch nicht. Ian White nicht. Und Martin Klärmarker ist auch ein Fragezeichen. Das heißt, insgesamt haben wir jetzt hier vier, fünf Fragezeichen. Aber bei keinem wirklich sicher. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das nächste Jahr abwarten. Was da gesagt wird Anfang Januar von den jeweiligen Spielern. Und dann können wir gucken, wie das Ganze abläuft. Das heißt, eventuell sind nochmal zwei, drei Plätze frei. Das heißt, wenn wir auf die Weltrangliste gucken, dann haben wir einen Steve Lennon und einen Mario van den Bogade, der vielleicht noch nachrückt. Einen Jaganski, der nachrückt. Das heißt, irgendwie zwei, drei Plätze werden noch frei. Aber mehr werden das, glaube ich, nicht. Also, ich glaube schon hier einen Danny Jensen. Das ist unrealistisch, dass der danach zieht. Und ja, deswegen wird da, glaube ich, nicht so viel passieren mit den Verlegungen in der Players' Championship Events unter der Woche. Und ja, das soll jetzt also mal ein bisschen ein Video gewesen sein, was nicht so ganz um die Stars geht, sondern eher, ja, im Fußball würde man sagen, Abstiegskampf. Es ist eben das Tourcard-Rennen für das nächste Jahr. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick bekommen. Wie gesagt, nochmal zur Seite dartsrankings.com. Ganz simpel. Es ist eigentlich auch eine stumpfe Seite. Nur Zahlen und Namen. Mehr ist das nicht. Aber wirklich super hilfreich. Das heißt, da seid ihr immer direkt in der Sekunde, wo ein Spiel vorbei ist, auf dem neuesten Stand bei jedem Ranking-Turnier. Und deswegen, sehr empfehlenswert auch von mir. Immer noch keine Werbung, sondern nur eine Empfehlung. Und ich habe das jetzt hier mal benutzt. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Vielleicht habt ihr auch von irgendeinem mitbekommen, dass er sie abgeben wird, seine Tourcard. Vielleicht habe ich das einfach überlesen, übersehen. Das heißt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr da Verbesserungen habt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.